Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Und zwar heute mal für etwas, was für mich auch selber neu ist. Und damit meine ich nicht diesen wunderschönen 1985er Audi Sport Quattro S1 von Lego. Ich meine, das Set kennen wahrscheinlich die meisten. Es ist einfach ein absolut geiles Auto, eine Ikone der Rallye-Sport-Geschichte. Und das eben hier als kleines Speed Champions Set von Lego, denke ich, kennen die meisten. Und ist irgendwie ein Muss für jeden Audi-Fan, der irgendwas von Lego im Regal stehen hat. Dann wird es das sein. Und das Set hat natürlich auch so ein paar kleine Fehlerchen. Aber um das Set geht es heute nicht hundertprozentig. Sondern es geht heute um dieses Light-Tailing-Licht-Kit für den Audi. Und die Idee ist ja einfach mal, dieses Auto hier noch ein bisschen cooler zu machen. Abschreckend ist natürlich, dass so ein Licht-Set ab 20 Euro ungefähr losgeht. Wo wir schon bei dem Neupreis von diesem ganzen Fahrzeug hier sind. Und es gibt leider auch zu diesen Licht-Sets nicht wirklich gute Reviews meiner Meinung nach auf YouTube. Und wenn es Reviews sind, dann meistens von Herstellern selber. Und was man da dann für eine Meinung bekommt, ist eigentlich schon klar. Das ist aber eben nicht der Sinn, warum ich eine Review angucken würde. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach selber mal. Und dann bekommt ihr hier zu diesem Licht-Set vom Hersteller Light-Tailing eine Review. Warum habe ich mich für das Light-Tailing-Set entschieden? Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und bei diesem Light-Tailing-Set hier sind die LEDs schon in den Steinen verbaut. Das heißt, die Steine, die hier leuchten, sind auch wirklich Steine mit einer LED drin. Ansonsten hat dieses Licht-Set hier auf Amazon 20 Euro gekostet. Ist natürlich für ein paar leuchtende Steinchen, für ein Set, was sonst 20 Euro kostet, nicht gerade wenig. Wenn wir das Ganze hier jetzt aufmachen, haben wir hier so einen relativ schönen Karton und haben hier natürlich das Licht-Set drin. Dann so eine Universal-Inleitung, wo es eben generell nur darum geht, wie man eben hier mit diesem Licht-Set umgehen sollte und es handhaben sollte, damit eben nichts daran kaputt geht. Und dann haben wir noch die richtige Anleitung dazu. Und diese richtige Anleitung ist eben dafür, dieses Licht-Set einzubauen. Diese Anleitung hier ist klammergebunden, ist aus einem okayen Papier. Die Druckqualität könnte jetzt offensichtlich ein bisschen schöner sein. Wenn wir das Ganze dann aufmachen, sehen wir hier so eine Anleitung mit Real-Life-Bildern. Was mich ein bisschen stört an der Darstellung, ist dieses Light-Tailing-Schriftzugteil hier. Das ist halt dafür da, um dann die Bilder zu branden, damit die vielleicht auch nicht in anderen Sachen genutzt werden können. Aber die stören mich dann, gerade wenn die in der Nahe Ansicht immer woanders sind. Die ziehen meines Erachtens ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Ansonsten hat man hier 70 Schritte, wie man das Ganze einbaut. Und es ist halt wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Voraussetzung ist natürlich für dieses Licht-Kit, dass der Audi auch schon gebaut ist. Denn diese Anleitung nimmt eben das gebaute Modell so weit auseinander, wie man es dann braucht und verlegt dann dort die Kabel. Ansonsten haben wir natürlich noch die Teile des Licht-Sets. Und da haben wir einmal natürlich die LEDs. Dann haben wir die Batterie-Box, also das Ganze ist batteriebetrieben. Kann aber auch an eine Powerbank angesteckt werden, ist ein normaler USB-Stecker. Und dann haben wir noch was, was ich immer sehr schön finde bei Sachen, wo man eben Batterien reinmachen muss und die dann mit einer Schraube fixiert sind. Wir haben auch gleich den Schraubenzieher mit dazu, den man dafür benötigt. Die Einschweißungen machen auf jeden Fall einen schönen hochwertigen Eindruck und sind hier oben so wieder verschließbar. Schauen wir uns zusammen erstmal die Batterie-Box an. Ich meine, das ist jetzt nichts Großbesonderes. Das ist eben so eine kleine im Lego-Style-Batterie-Box. Man kann da sogar drauf bauen. Es hat eben auch Noppen. Light-Tailing-Logo ist noch mit drauf. Und hier ist der Anschluss dann für das USB-Kabel. Dann haben wir ja wie gesagt den kleinen Schraubenzieher, um die Batterie-Box direkt aufzumachen. Und auch im Inneren macht die Batterie-Box einen ordentlichen Eindruck. Und ich muss sagen, bis hierhin schafft es Light-Tailing auf jeden Fall einen Eindruck zu machen, wo man sich nicht direkt denkt, oh mein Gott, für was habe ich hier 20 Euro ausgegeben. Und natürlich sind die paar LEDs und die Batterie-Box trotzdem keine 20 Euro wert. Die haben hier sicherlich genug Gewinn dran, aber man muss auch sehen, sie haben sich natürlich Gedanken gemacht, die Anleitung hier zu erstellen, wie man das Ganze einbaut. Und deshalb ist es trotzdem meines Erachtens wahrscheinlich noch überteuert. Aber man muss den Preis gewissermaßen verstehen, weil natürlich Light-Tailing auch nicht so eine große Firma ist. Die jetzt im Endeffekt dann über viele produzierte Sachen wieder am Ende ihr Geld reinbekommen. Und um das klar zu sagen, ich habe keine Kooperation mit Light-Tailing oder ähnlichen. Es ist einfach nur das Set, für das ich mich als Kunde aus meiner Sicht entschieden habe. So, dann holen wir doch auch nochmal die LED-Steinchen mit raus. Die sind hier an so ganz dünnen Kabeln dran. Das ist natürlich logisch, weil die müssen ja dann zwischen den Steinen auch verlegt werden. Dann haben wir hier die Steinchen, die wir eben brauchen. Und wie gesagt, die LEDs sind halt schon in die Steine eingearbeitet. Und was im Endeffekt der Grund war, warum ich zu Light-Tailing gegriffen habe. Ansonsten gibt es hier natürlich nicht so viel zu sehen erstmal. Der erste Schritt der Light-Tailing-Anleitung ist es, das Ganze zu testen, ob alles leuchtet. Und deshalb habe ich einfach mal x beliebige Batterien hier reingemacht. Nur mal eine Frage, bin ich der einzige, der drei große AA-Batterien für ein paar LEDs ein bisschen übertrieben findet? Ich weiß es nicht. Eventuell ist das auch gut, dass es dann eben einfach länger hält. Man sie dann nicht so oft wechseln muss. Aber da könnt ihr mir gerne mal ein bisschen was dazu sagen, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch da besser auskennt. Auf jeden Fall mache ich jetzt das Ganze mal an. Und wie wir sehen, es leuchtet. Es ist auch eine schöne Leuchtkraft, muss ich sagen. Wenn es im Einbau dann auch so gut aussieht, macht sich das richtig, richtig schön im Regal. Es leuchten alle LEDs, dementsprechend fange ich jetzt an, das Ganze einzubauen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen eingebauten Licht-Kit wieder. Dann reden wir wie immer drüber, ob der Einbau Spaß gemacht hat, ob es da Probleme gab oder eben keine Probleme gab. Und es gibt wie immer, als wäre das jetzt nur ein Glemmbaustein-Set, was ich vorstelle. Eine Kaufempfehlung oder eine Kaufempfehlung. Und ein paar Bilderchen, wie es dann im Regal steht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und das Beleuchtungskit ist jetzt schon fertig eingebaut. Der Bau hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Aber man muss dazu sagen, ich habe mir erstens Zeit gelassen. Und zweitens bin ich, wie gesagt, da noch nicht so erfahren beim Einbau. Weil es eben das erste Licht-Kit ist, was ich gebaut habe. Und da natürlich auch nochmal ein bisschen vorsichtiger war. Das Ganze geht auch nochmal ein ganzes Stückchen schneller, wenn man das richtig kann. Wirklich Spaß gemacht hat der Bau jetzt nicht. Das liegt aber einfach daran, weil man die ganze Zeit Kabelmanagement betreibt. Die Bilder manchmal nicht so hundertprozentig super gewählt sind, um zu sehen, was sie von einem wollen. Und es auch manchmal nicht so ganz offensichtlich ist, was sie da jetzt ausgebaut haben wollen in bestimmten Schritten. Das ist aber alles so, dass wenn man kurz den Kopf einschaltet, man es trotzdem hinbekommt. Aber so ein gedankenloses Bauen, wie man es jetzt bei einem wirklichen Lego-Produkt machen kann, ist das nicht. Mir gefällt es auch, wenn ich meinen Kopf einschalten muss beim Bauen. Das ist ganz wichtig. Aber dann eben, weil die Anleitung so gestrickt ist. Die Anleitung hat aber einfach seine Stellen, die unglücklich sind. Wenn wir uns das Ganze so anschauen, sehen wir auf der einen Seite nichts vom Lichtkit, auf der anderen Seite wird es offensichtlich, denn da haben wir das Kabel zur Batteriebox raus. Wenn wir ihn uns von vorne anschauen, könnte man erstmal grob das Ganze auch übersehen. Trotzdem sieht man natürlich, wir haben hier eine relativ offensichtliche Stelle, wo das Kabel liegt. Das sollte auch eigentlich anders verlegt werden. Aber so wie es verlegt werden soll, laut der Anleitung, ist es einfach überhaupt nicht möglich, weil da das Kabel ein Stückchen zu kurz ist. Deshalb habe ich es jetzt so gelegt. Wie gesagt, kommt man leicht auch selber drauf. Vielleicht findet man auch noch eine schönere Lösung, wenn man sich besser mit diesen Verlegetechniken auskennt. Aber wenn es im Regal steht, ist es jetzt nicht so offensichtlich, dass da das Kabel ist. Das ist schon wirklich in Ordnung. Und dann sehen wir hinten nochmal so ein bisschen was vom Kabel. Da haben wir einmal hier natürlich beim Auspuff die Kabel. Die kann man nicht anders verlegen, sind genau wie in der Anleitung verlegt. Und wir haben hier so einen kleinen Ansatz vom Kabel. Das kann man aber mit einem guten Schraubenzieher vorsichtig noch ein bisschen reindrücken. Und das Hauptkabelthema, was man natürlich sieht, ist unter dem Fahrzeug versteckt. Das ist eben in diesem Speed Champions Gestell hier reingelegt. Das Ganze ist natürlich so konzipiert, dass wir es dann von einer Seite schön anschauen können. Dahinter die Batteriebox versteckt wird und eben auch das Kabel. Und dann sieht man auch wirklich, wenn man es von seiner Schokoladenseite anschaut, nicht viel vom Kabel. Das Spielthema können wir natürlich jetzt, obwohl es ein Speed Champions Modell ist, komplett an den Nagel hängen. Aber das ist logisch, wenn man hier so ein Lichtkit mit Kabel reinbaut. Und dieses Set hier steht, denke ich, bei den meisten sowieso im Regal oder in der Vitrine. Auch noch interessant zu erwähnen ist, diese 2x4er Plate habe ich ausgebaut in Grau, aber nicht mehr eingebaut. Ich habe keine Ahnung, wo die eingebaut war im Original-Set, beziehungsweise ich habe jetzt nicht nochmal groß geschaut. Weil das Ganze hält eben auch sehr gut ohne diese Plate. Sie wurde auch in der Anleitung, soweit ich weiß, nicht eingebaut. Ich habe extra nochmal nachgeblättert. Ich habe nirgends wo gesehen, wo sie wieder eingebaut wird. Vielleicht ein kleiner Tipp an Lego an der Stelle, weil wir ersetzen die auch nicht. Wenn ihr das Set nochmal neu auflegt, könnt ihr diese Plate hier weglassen und habt mal wieder in halben Cent mehr Gewinn. Ich würde sagen, das ist doch eine Top-Option. Und jetzt haben wir über alle möglichen Sachen geredet. Aber wichtig ist natürlich, das Wichtigste bei diesem Licht-Kit sogar, dass es im eingebauten Zustand, wenn es leuchtet, einfach cool aussieht. Und ich würde sagen, ich habe euch lang genug auf die Förder gespannt. Wir gucken uns das Ganze doch einfach mal an. Und dafür haben wir hier unten diesen kleinen An- und Ausschalter. Dann kann man das Ganze anmachen. Hinten haben wir natürlich hier diese Rückleuchten. Die Rückleuchten, finde ich, sind in sehr schönem Rot. Die sehen auf der Kamera zwar eher orange aus, aber in echt ist das wirklich ein schönes, sattes Rot. Und das sieht sehr gut aus. Auch hier der Innenraum ist beleuchtet. Und das ist richtig cool, weil es auch noch von der Beleuchtungsatmosphäre und dem Aufbau wirklich so aussieht, als hat man eben diese Mittelleuchte, die ja eigentlich jedes Fahrzeug oben in der Mitte hat, angemacht. Bei diesem Set hier ist es natürlich beim Rennwagen wahrscheinlich eher nicht die klassische Mittelleuchte. Aber für die Ausstellungszwecke sieht es eben auch sehr cool aus, wenn es von innen beleuchtet ist. Und die meisten LEDs haben wir ja im vorderen Bereich. Und da haben wir hier unten diese zwei orangen LEDs und die zwei weißen LEDs. Die sehen richtig cool aus. Vor allen Dingen ergeben die auf dem Boden nochmal so ein richtig cooles Bild. Und das Lichtspiel gefällt mir dort sehr. Jetzt seht ihr übrigens am Finger auch, so ist eigentlich die Farbe von den Rückleuchten-LEDs. Die ist wirklich nicht so orangelich, wie es gerade rübergekommen ist. Und dann muss man schon sagen, das Ganze macht natürlich optisch was her und wertet das Set nochmal zumindest für Ausstellungszwecke ein ganzes Stück auf. Aber trotzdem, dieses Lichtkit kostet eben 20 Euro. Und wenn wir jetzt über die ökonomische Klemmbausteinsicht gehen, wenn wir darüber sprechen, ob es sich lohnt oder nicht, dann lohnt es sich halt wirklich nicht. Man kann sich für 20 Euro locker eine LED-Kette kaufen, da man sein ganzes Regal ausleuchtet, in dem die Klemmbausteinsachen sind und nicht nur so ein kleines Set. Trotzdem ist das hier natürlich eine viel detailliertere und feinere Beleuchtung. Und sie ist eben genau auf dieses Set abgestimmt. Und wir müssen das Ganze sowieso nicht nur aus der hundertprozentigen Klemmbausteinbrille betrachten, sondern wir müssen auch mal auf den Audi-Fan gehen, weil das ist die Hauptzielgruppe von diesem Set. Außer Acht lassen darf man Klemmbaustein ökonomisch aber trotzdem nicht, dass man für weniger Geld dieses Set hier zum Beispiel daneben stellen könnte. Das ist halt einfach so eine Mauer, die aus Klemmbausteinsicht eher dagegen spricht. Als Audi-Fan und jemand, der dieses Modell eben besonders in Szene setzen will und es einfach richtig cool findet, ist es aber natürlich wieder eine andere Sache. Dieses Lichtkit lebt davon, dass man eben einfach diesen Audi-Sport und das Set cool findet und liebt und das nochmal besonders in Szene setzt. Und dann ist es das Geld natürlich in gewisser Weise auch wert. Und die Frage, ob ihr das Set so cool findet und es beleuchten wollt, kann ich euch natürlich nicht abnehmen. Dementsprechend, wenn es euch das wert ist, dann gebt das gerne aus. Ihr bekommt hier ein schönes Lichtkit, was auf jeden Fall in der Anwendung nicht zu schwer ist und was auch ein paar Fehler verzeiht. Ich habe mich auch ein, zwei Mal mit dem Lichtkit verbaut, konnte das alles wieder auseinandernehmen und da ist nichts kaputt gegangen dabei. Das Set stellt auf jeden Fall so nochmal ein besonderes Highlight dar und gerade im Dunkeln kommt das wahrscheinlich richtig cool. Und deshalb blende ich euch da auch noch ein paar Bilder im Dunkeln ein, beziehungsweise dann, wenn es im Regal steht und eben beleuchtet ist, dann könnt ihr euch nochmal ein eigenes detailliertes Bild davon machen. Wenn euch natürlich diese Review gefallen hat, dann könnt ihr gerne wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Ihr braucht auch keine Angst haben, nächstes Mal kommt wieder ein ganzes Set und nicht nur ein Lichtkit. Und ihr könnt gerne ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesem Kanal. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Musik 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 Musik